Marbella erstreckt sich 27 Kilometer entlang des Mittelmeers zwischen Malaga-Stadt im Osten und Gibraltar im Westen. Malagas internationaler Flughafen ist 58 Kilometer entfernt. Die zweitgrößte Stadt in der Provinz, Marbella, hat mehr als 130.000 Einwohner, davon 15 Prozent Ausländer. Eine Zahl, die sich im Sommer verdoppelt. Marbella verfügt über das beste Klima in Europa mit Temperaturen zwischen 16 und 30 Grad und weniger als 50 Regentage im Jahr. Einst ein kleines Fischerdorf, heute ist Marbella ein internationales Luxus-Touristenziel. Sein alter Charme kann noch in der Altstadt mit ihren engen Gassen und historischen Gebäuden gesehen werden. Hier finden sie zahlreiche Tapas-Bars und ein pulsierendes Nachtleben. Unten am Meer sind tropische Gärten und eine lange Marmor-Promenade an den Sandstränden entlang gelegen mit typischen Strandbars und Luxus-Restaurants. Marbella hat zwei Häfen, eines in der Mitte und den anderen, Puerto Banus, sieben Kilometer im Westen. Puerto Banus ist für seine Luxus-Jachten und Autos, internationale Restaurants und Designerleben bekannt. Mit mehr als 15 Weltklasse-Golfplätzen ist Marbella ein Paradies für Golfer und Golf-Resorts, sind eine der Hauptattraktionen. Das Zentrum der Stadt ist mit Puerto Banus durch die Goldene Meile verbunden. Eine endlose Strecke von Prestige-Villen, Traum-Immobilien und Luxus-Komplexen, das Zuhause der Reichen berühmt. Für einen Hauch von echter Eleganz, von luxuriösen Sportarten bis zur glamourösen Atmosphäre, bietet Marbella den perfekten Urlaub. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020